Was geht ab Leute, heute ist soweit, wir machen mal wieder eine Nicht-Wow-Sagen-Challenge, etwa zu Weihnachten, ja zu Weihnachten, deswegen Leute einmal frohe Weihnachten an euch alle, ihr habt euch ja mal diese Nicht-Wow-Sagen-Challenge gewöhnt, ich dachte mir so, komm, hau ich doch mal eine zu Weihnachten raus, lasst mir gerne ein Like und Abo da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu Weihnachten bekommen habt, Freunde, das würde mich auf jeden Fall mega, mega interessieren, vielleicht habt ihr ja ein, zwei cooler Geschenke am Start, vielleicht hast du ja sogar Merch von mir, den ihr hier nicht so sieht, vielleicht habt ihr ja das auch bekommen, wäre auf jeden Fall echt cool, dann bekomm ich gerne bei Instagram, Freunde, ich würde sagen, wir haben drei Links, und gehen jetzt direkt mal in die Challenge rein und ihr könnt natürlich auch mitmachen, Freunde und yo okay, das sieht aus, als wäre das einfach so massives, flüssiges Gold aber, wir wissen, dass das nicht massives, flüssiges Gold ist äh, sieht mir eher aus, wie so eine Paste für einen Kleber was denn quasi so diese Fliesen befestigt, würde ich jetzt so behaupten so, jetzt hier erstmal der Fisch äh lol lol, da wird das ganze Wasser rausgedrückt, ach so oh, oha das ist der, der Enknoter, Freunde guck mal hier die er einfach den ganzen Schnee von der, von der Dings macht von der Terrasse ähm, vom Dach, meine ich, vom Dach so, hier oh, oh, oh was ist denn das, was ist denn das hey, was kommt da alles raus kann man das essen, oder was wahrscheinlich wieder irgendwie oh, ey äh, äh, äh ähm, okay also, ich glaub ja, damit werden, glaub ich, die Pflanzen ganz gut gegossen ähm ja das ist ja auf jeden Fall echt, äh mega fucht aus so hier und perfekt durchgemacht alles klärchen yo, was geht denn was macht der mit den Fingernägeln ach, der macht das so weg äh okay auch nicht schlecht lol nein nein, der der Dingens, der kleine Fluss oder keine Ahnung, was es war vorher der hat nur so ein kleiner Teich der wird einfach einfach Stöpsel gezogen einfach Stöpsel gezogen, Freunde äh 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 hä was ist das ich glaub, es wird abgeschnitten oder so, ne ich glaub, es wird echt abgeschnitten mh, okay sieht mir auf jeden Fall ein bisschen verrückt aus uh uh, guck mal hier zack, 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 zack okay okay sehr entspannt, muss ich sagen sehr entspannt das ist schon heftig angenehm und hier oh, wie er da äh ach lol äh näht ihr das grad zusammen? alter Schwede, ist das Feinarbeit WTF ist ja übel, die Feinarbeit äh okay oh 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 okay äh hey hä hey hä hey sag mal da könnte ich den ganzen Tag stehen, muss ich sagen oh, hier werden erst mal ganz kurz die kleinen Früchte oder was auch immer das da sind so ein bisschen geknackt keine Ahnung, was ich bringen soll oh, yeah oh, 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 oh wie er es halt perfekt abschneidet oh okay, das ist halt schon okay, das ist halt schon alles klar machen okay ein bisschen drehen bisschen drehen ich merke schon ich merke schon jetzt wäre das da so reingegossen wie das aussieht hier was wird damit jetzt gemacht das sind hier wie das nudeln ich dachte nur sein aber was werden denn die nudeln so gekocht oder der jetzt sind doch noch keine nudeln freunde oder doch nein das ist ein freundes schreibt gerne in die kommentare irgendwie wenig plan was das sein kann warum kommen da immer sachen gleichmäßig raus ich kann es mir nicht vorstellen warum die ganze zeit und wow ok ja ich muss doch nein es ist auch noch vorbei der clip ich musste es sagen freuen dass er so heftig angenehm aussah so auch angenehm angehört und ja nur noch zwei leben halb so wild aber hier war gerade erst mal schönes wärme kissen beziehungsweise diese diese kleinen wärmepads guck mal hier die macht jetzt erst mal auf das war gerade aber anders angenehm und auch hier guck mal hey die salami bist du fleisch muss gemacht wird ich glaube so wird das so wird die verpackung einfach gemacht na ok auch gut mal zu sehen hier komme mit dem hackebeil alter war bar 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 die da richtig rein freunde ja da richtig rein ok ok oh ja oh ja ok ordentlich und wo wo ein was so schnell so kleinen holzball gemacht hier und holzball perfekt oha nicht schlecht nicht schlecht erspricht so hier was ist das jetzt ok ah jetzt werden die gräten entfernt ok jetzt werden die gräten entfernt und äh äh was wird denn da jetzt gerade gelegt überhaupt ey dieses geräusch dieses geräusch war ja immer so angenehm ok was ist das jetzt hier oh perfekt perfekt äh 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 macht er da Löcher rein oder stoppt er so das ne warte mal der macht da schrauben glaube ich rein ne ja der dreht die da rein der dreht die da glaube ich richtig schnell rein lol ey das ist so verrückt was es für maschinen gibt ne das ist so verrückt ne ballon abschiebmaschine ich glaub's ja nicht oh lol so macht er einfach mal ganz entspann den Kamm ok also ich muss sagen die episode ist auf jeden Fall echt ganz schön gefüllt mit so rhythmischen sachen so richtig im Rhythmus was ist das da ein Dino-Ei oder was ist das überhaupt boop 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 ach so da werden jetzt so von einem Vorhang die Ringe glaube ich darum gemacht ah ok na hier ein Kochtopf und was wird jetzt da fehlt doch doch der Griff der fehlt da noch oder nicht oder ist der schon unten dran ich glaube der ist schon unten dran ne ich glaube der ist unten dran Freunde also hier wird es zugemacht und äh oh 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 hier wie das da ui wie das da auch zugemacht hat und alter oh ist das so ein Käsekuchen ich glaube es ist ein ne ne das ist kein Käsekuchen hä da wird ein Deckel glaube ich drauf gemacht ne ja da wird so ein Deckel drauf gemacht äh was nein oh ne nein das zählt oder ich hab oh nein ich glaube es zählt oh komm ja na ok doch dann zählt das Freunde ein Leben haben wir noch ach man ok ich war schon wieder zu sehr ich war schon wieder grad zu sehr äh abgelenkt kann man auf jeden Fall so sagen also ein Leben haben wir noch und ey da wird immer grad mal der ganze Baum weg gehauen ne der komplette Baum Freunde rrrr erstmal so abgekleent oder so und jetzt hier wird da jetzt so eine Kugel braucht man ne für so ein Schloss und jetzt zack genau zieht das Schloss auch jetzt perfekt und schon hat er ein neues Schloss gemacht achso das ist dann ein Schlosser Schlosser ok der Schlösser Schlosser Schlösser der Schlösser macht ja kann man auf jeden Fall so sagen so was ist das jetzt hier mal eben das die heißeste die heißeste Badewanne der Welt häh oooohh nochmal macht das nochmal das war ja voll cool und jetzt das Geräusch Leute das Geräusch das Geräusch so wollte ich das hören Leute so wollte ich das hören und jetzt wird auch noch hier der komplette Boden sauber gemacht ne ich weiß nicht warum aber ich finde das so angenehm ne ich finde das so angenehm ich weiß nicht warum aber heute ist der Rückmustag heute ist einfach der Rückmustag ne so hier Schuhe fertig gemacht und jetzt hier der zack direkt der nächste rein und prrrr warte prrrr genau und wieder zusammengedrückt perfekto und was macht die jetzt hier die packt da die ganze Zeit so Papiere rein glaub ich ne ok Papier ich guck gar nicht mehr hin ich guck da gar nicht mehr hin Leute ey das sind kleine Mini Roboter oder so ne guck mal hier wenn man genau hinguckt sehen die einfach aus wie Roboter ähm yo wie die auch noch abgetrennt wurden ok perfekt ey da fehlt der Kugel ok gut dass er den noch rein macht alles klar und jetzt direkt ins nächste Kugelbad hier alle rein ey da fehlen drei ja da fehlen drei ok so der jetzt hier macht der jetzt mal eben so ein Roboter Kaffee oder was macht der jetzt ah ne das ist eher ne ne Kanne einfach ok jetzt hier das perfekte Symbol und bam mal eben komplett zudrücken so ordentlich rein hier und dann macht die glaub ich da raus kommt das glaub ich in den Backofen oder sag euch dieser Rückmustag es ist es ist einfach auch angenehm ne oha ach da hat er jetzt ein kleines Loch glaub ich reingemacht aber hier oh oh doch nicht so nah mit den Fingern da ran »OHHHHHHHHH 맞아요 altan wie nag Gracias mit den winner Nee Nee n suc Vine ok das solls dann auf jeden Fall von der Challenge gewesen sein also das ist mir jetzt ein bisschen zu nah mit den Fingern äh lasst auf jeden Fall gerne auch ein Like und Abo da Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Weihnachtstage und habt noch einen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.